hallo meine lieben leute freunde und hier ist euer saxi baxi daxi und ja wir spielen heute call of duty black ops 2 ja hatte ja glaube vor zwei wochen gesehen meine video von black ops 3 ebenso mein feedback von black ops 3 wirklich positiv irgendwo war der bastard hier lange habe ich nicht black ops gespielt deswegen konnte ich voll kacken abkacken mission aber was ich habe ja was wollte ich sagen ich wahrscheinlich ich mache jetzt ändern man sie mein kanal rum aber das heißt keine sorge das kommen immer wieder let's play ich habe ich glaube ich mache so montag dienstag das was ich habe bock zu zocken oder was für ihre wunsche sind zu let's playen lol mit schrotti kommt er ja so kann ich auch ein schuss bin dort ja dienstag montag dienstag will ich so fünf schrotti kommen läuft ja ja oh lol der bastard hat mich nicht gekriegt so ja mittwoch kommt wie immer call of duty und ähm ende der woche läufende montag dienstag kommen euren wünsche welche was soll ich jetzt playen die und dann mache ich das was ich habe bock also läuft bei dir äh donnerstag freitag und samstag kommt die die das sind leor der ist nicht genug schnell naaa du 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 hier kommen ja ja Loll, von fast hast du mich nicht gesehen, der Bastard. Naja, den Schutz kann man löchtern. Und ja, was habe ich noch gemacht? Diese Woche habe ich Sonntag, sollte ich auf die Tüte kommen. Äh, äh, was ist die Laie, Call of Duty. Äh, Sonntag will ich mir den iPad von GTA Online, also von GTA 5 Online machen. Und ja, und mache ich eine Woche, wir haben gewonnen. Und einen Teil mache ich so abkacken oder irgendwelche Misserfolge, welche ich oder meine Kollegen haben wir gemacht. Das machen wir und mal sehen. Vielen Dank. Und ich danke, ich will euch bei euch bedanken. Letzte Zeit habe ich gesehen. Die Augen sind so krass reingesehen. Ich denke, was ist da passierende Zeit? Ich weiß nicht, wegen meinem Let's Plane von One Piece. Die erfeit irgendwie übelst. Ich weiß nicht wieso. Oder vielleicht wegen diesem Namen, wegen One Piece. Oder wegen mein, was ich labbe am Anfang. Und dann labbe ich gar nichts. Das ist scheiße von mir. Ich weiß nicht, aber mir fällt kein Thema mehr ein. Das wollte ich wieder loswerden. Und ja. Also, sollte das ich manchmal wiederholen muss, wenn ich spiele, spiele gleichzeitig und labern, dann kann ich mir nicht so richtig, könnte ich einfach labern und spielen. Ich bin nicht so ein persönliches Multitasking. Ich weiß nicht, wie manche YouTuber machen. Ich weiß nicht, wie die machen die andere YouTuber, dass die flüssig reden und dabei zocken. Die müssen, glaube ich, ständig ganze Spiele spielen. Okay, nicht ständig, aber täglich, sage ich so. Die müssen einfach spielen. Und ja. Und was? Ich habe noch zu eurem eine Frage. Ich mache noch eine extra Frage, ob ihr möchtet. Weil ich will bald mir eine Videokamera kaufen. Weil ich will so Vlogs mäßig machen. Weil das irgendwie, macht mir irgendwie Farbig Bock darauf. Loll. Keine Ahnung. Loll, passt. Ja, und wie ihr denkt. So was will ich auf meinen zweiten Kanal machen. Oder. Ja. Ich habe zwei Fragen. Ob soll ich sowas machen. Zweite Frage. Ob soll ich auf diesen Kanal das hochladen. Oder auf die anderen. Aber danach, wenn ich will machen, auf diesen nicht bestimmte Zeiten. Wenn du so. Aber dann musst du so sonntags rum. Soll ich rauskommen. Oder täglich. Wenn ich werde was hochladen. Weil. Zwei Arten was mir gibt. Wieso werde ich das nicht machen. Läuft bei dir. Toll. Name ist Porn. Kill mich. Mal sehen wie das wäre. Aber ich will fragen. Ob ihr möchtet das sehen. Läuft bei dir. So. So mache ich. So mache ich. Ja. Nein. Nein. Verpiss dich. Toll. Loll. 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 Aha. Irgendwo ist der. Der ist schon wieder. Meine Güte. Hat so viel. Er frisst so viel. Oder was. Ist er. Ein solcher. Oder was. Oder was. Meine Fresse. Wie ein Fuchs. Komm. Von überall. Loll. Das wollte mein Geld sein. Einer soll. Ne. Hab ich gedacht. Aber ne. Habe ich nicht gedacht. Ich weiß nicht. Ob habe ich. Scharf. Loll. Ich glaube. Ja. Klar. Der. Bastards. Schmiede. Ist der. Da. Hm. Und ich hab's. Vielleicht. Es läuft. Bei mir. So was. Von. Ja. Klar. Der. Der. Klau. Mein. Ja. Na oben. Und. Klar. Ich glaube Für diese Waffe wäre es besser wenn ich sie nehme Die Waffe wirklich schon Irgendwie Nee Kacki Der kommt auch von einer Seite an natürlich Ja Da ist fast viel Wieso habe ich nicht nach oben geschossen Äh geworfen So Äh Wollte mehr labern Aber ich glaube das ist alles Was geht um mein Vlog Zwei Paar LOL Wollt 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 Das wäre etwas präziser als die Waffe Hörl 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 ja wohl will ich viel ux machen ob ihr will das oder nicht will erfahren ja mal sehen wie das oh jungen wie hat mich gekillt ja so kann ich auch oh schade das könnte nice sein da kannst du die schüsse wenn du willst du juckst nicht ok ich werde sagen das war's und ich will gerne wissen wie ihr denkt über mein vlogs und so was hab ich gelauert und wir sehen uns im nächsten video tschüssi